So meine Lieben, und damit also Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Und ihr seht schon, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Haus, das uns der gute AWO versprochen hat. Nach Essen, nach Sicherheit, vielleicht auch nach ein bisschen Wärme. Das hört sich gut an. Holy shit, holy shit. Penny, Penny. Nein. Nein. Alter Schwede. Gerade noch so, Freunde. Gerade noch Kenny gerettet. Geht ja schon wieder gut los, hier bei The Walking Dead. Kaum fünf Meter gelaufen schon. Der erste Walker, der da uns auflauert, sich hinterm Stein versteckt. Der Schweinehund. So, das sieht gut aus. Ich würde mal sagen, besser als gar nichts erst mal. Wäre mal eine Idee, ne? Wenn wir denn da drüber kommen, über den gefrorenen See, aber das sollte kein Problem sein. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht gehen. Ich kann es gehen. Da ist ein amerikaner Scheiß. Es geht gut. Geht. Wir müssen sich ausbreiten, nur um sicher zu sein. Wollen wir warten, desto besser. Lass den Ruski zuerst gehen, weil er so sicher ist. Ist okay! Habt ihr das gehört? Um Gottes Willen. Ich muss nur gucken, oder wir müssen gucken, dass wir da nicht zu nah an Jane rankommen. Nicht, dass wir am Ende... Oh, doch noch ein sinken, Freunde. Meine Fresse! Das wäre wieder typisch für das Spiel, aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ich bin mal riesig gespannt, was wir da drüben finden in der Hütte. Es ist zumindest mal... Wir sind okay. Nehmt sich nicht. Schön aufpassen. Hoffentlich fällt jetzt der Luke nicht rein. Und da hinten... Kommen die Walker. Die Zombies! Ach, du Eilige! Ganz vorsichtig. Holy shit! Motherfucker! Shit! Er wird ihn töten! Gott, Kenny! Geh zurück hier, du Scheiße! Aufpassen! Holy shit! Ich sollte dich drüben, du Scheiße! Stopp' ihn, Kenny! Alter Schwede, was ist eine Action hier? Hier! Na was nun? Ganz vorsichtig! Erzähl ja nicht noch einbrechen! Luke! Ach, du Heilige! Nein, 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 nein! Ein Ding! Nein, nein, nein! Wir probieren's. Ganz vorsichtig. Das kriegen wir schon gebacken, irgendwie. Wir können da Luke nicht einfach so... ...den Zombies überlassen. Komm schon, Luke. Holy Shit! Okay, alter Schwede. Komm schon hoch, Clementine. Holy Shit! Und wir sind direkt... Alter, somit das absolute Horrorszenario. Scheiße, unten ist noch ein Walker. Stoß ihn weg. Luke, komm schon, Clem. Oh, nicht, ich... Jetzt halt. Oh, grad noch. Dreh der erstmal ins Leere. Ab nach oben. Sehr gut, Luke. Komm, wir packen das. Irgendwie... Was? Oh, grad noch mal... Oh, grad noch mal... Oh, grad noch mal... ... dass du der Weg hast. Ich bin echt gut. Alter Schwede, Freunde. Wir haben alles versucht. Und Luke ist tot. Wie ist das tot? Da ist ein Feuerplatz. Jesus Christ. Wir müssen sie warm bekommen. Sie hat zu sterben. Er ist weg? Luke ist weg. Wir sollten uns umgehen. Wir sollten uns umgehen. Gott, verdammt. Wir sollten uns umgehen. Gott, verdammt. Ich versuchte ihm helfen. Ich habe einfach... Als ich mich anfängt, Es war nichts, was wir machen. Clem versuchte ihn helfen. Er hat einfach... Oh Gott. Du scheiße, blöken! Das ist dein Schuldig! Kenny, geh mal, Mann! So, was? Es ist niemandem verletzt. Ich schreie. Wir können nur ein Feuer beginnen? Was? Dann schreie. Es war nur ein? Es war nichts. Das ist ein Hund. Also ein Flach. Ein Hund. Das ist ein Hund. Das sind diegäste. Das sind diegäste? Was? Das ist kein Englisch? Jenny! Stopp! Just stopp! Was? Lose your taste for this sort of thing? What did you do to him? There's another just like it. He wasn't lying. Na, immerhin was zu essen, Freunde. You wanna tell me, how a can of fucking chili is gonna help the baby? How is beating a kid to death gonna help anyone? This is your fault. And you damn well know it. I'm tying him up. Fine. Mike, help me get a fire started. You okay? He's hurt real bad. Mike! Yeah. Yeah, okay. You got a light? I thought I had matches. You kept it. An uns geht's allen nicht gut, wie wir gerade sehen. Unfassbar. Let me take a look at you, kid. Jesus. He could have killed you. What the fuck is wrong with him? You're up. Kenny's out back, trying to get some stupid truck started. Here. You should eat something. You okay? Thank you. I can't believe he's gone. I've lost people before, but... It just hasn't felt this... This shitty in a while. He was a great guy. Goddammit. I shouldn't have come back. I knew this would happen. I knew it. Well, I'm glad you did. I'm gonna find something to clean that up. Thank you. Thank you. I can't take this shit anymore. Feeling better? Yeah. Hell of a day. However... But we gotta get moving. If you're feeling up to it, I could use a hand out back with this truck. This house ain't worth a crap, but the vehicles ain't in bad shape. With a little luck, we can get one fixed up. Be out of here by nightfall. Just give me a minute. I'll wait for you out back. I'll watch him. I'll watch him. Climb. Just... Be careful. Das gemütliche Lagerfeuer aus der letzten Folge ist damit jetzt erstmal komplett vergessen. Was ein beschissener Tag. Aber wie gesagt, zumindest haben wir erstmal Essen gefunden. Sind so ein bisschen in Sicherheit. Und haben eventuell nen Truck. Was hat sie gesagt hat? Was hat sie gesagt hat? Ich weiß, dass sie riecht in ihr mouth. Was hat sie gesagt hat? Na, wir haben nicht über dich gesprochen. Wirklich? Wirklich, Kenny. Was hat sie gesagt hat? Es ist vorbei. Aber AJ braucht uns jetzt. Wir müssen uns zusammenhalten. Okay? Komm schon. Mal sehen, ob der Truck geht. Also, dann starten wir mal das gute Ding. Also, dann probieren wir's mal. So, rein damit. Und... Öh... Ja. Genau. Ja. Also, dann gehen wir raus und wirklich nachdenken. Wellington muss da sein. All die Rimmherröne sind nicht alle Bunk. Ich meine Gott, es muss alles dabei sein. Es muss dabei sein... ...zoneden Schnee und Brokkene Euro-eväum. Also auf ein neues vielleicht klappt es ja jetzt nach oben Wir werden es arbeiten Wir müssen gehen, wenn wir A.J. leben bleiben Wir sind aus dem Zeitpunkt Ich muss das Ding beginnen Ich werde versuchen, die Batterie aufzuwärmen Geh rein Ich mag ihn nicht mit der Frau Da hockt noch Bonnie Dann können wir uns ein bisschen mal umgucken Vielleicht können wir sogar noch mit Kenny vorher quatschen Jawohl, da ist er Ob er vielleicht schon irgendwie weitergekommen ist mittlerweile in den 5 Sekunden Nehmen Sie Hilfe? Ich bin gut Geh auf A.J. Okay, Kenny, dann gehen wir dann gleich zu A.J. Jetzt schauen wir uns erstmal hier um Vielleicht finden wir noch irgendwas interessantes Ein Generator Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht Vielleicht kriegen wir den irgendwie noch zum funktionieren Würde uns auf jeden Fall schon mal ein Stückchen weiterhelfen So, gucken wir mal Okay Können wir den anpacken irgendwie benutzen Vielleicht klappt es ja irgendwie Okay Scheint nicht zu funktionieren Was haben wir da oben? Das Haus betrachten Es sieht an sich nicht wirklich stabil aus Ja, das sieht an sich nicht wirklich stabil aus Da ist irgendeine Leiter, irgendeine Schnur Kommen wir da hoch? Nö Scheinten hat da irgendjemand noch ein bisschen was repariert Okay, ähm Excavator Den Bagger, den gucken wir auch mal an Aber ich schätze, der würde uns auch nicht wirklich weiterhelfen Außer der hat vielleicht Irgendwie eine Batterie Funktioniert das irgendwie? Ich habe keine Ahnung, Freunde, da bin ich zu unwissend Aber Ja, das hoffen wir Oder Hätten wir uns auch so erhofft, ne, Freunde Dann hätten wir vielleicht sogar ein bisschen länger bleiben können So, wir quatschen mal mit Bonnie Mal gucken, wie sehr geht Erstmal eine am Rauchen hier, die gute Willst du eine? Nein, danke Nö, nö Das ist schön Das ist schön Ja Ja Ich wünsche, dass ich das Du weißt Ich sage Ich sage eine Sache über Luke Es ist egal, wo du endest Es ist immer eine schlechte Sied Das Boot Aber ich glaube nicht, dass er der Mann sein würde Lass mich dir etwas fragen, Clem Wann ist das letzte Mal, dass jemand etwas, was du wolltest? Ich denke, dass die Leute mich respektieren Wirklich? Ich denke so Gut für dich, Lieber Du weißt, ich bin überall Ich gehe mit vielen Leuten Viele Männer Und ich höre auf viele Prozesse Weil Es ist nicht einer von ihnen Es ist wahr Ich denke, dass es noch andere ist Du weißt? Ich gehe mit einem Piss Mach das Man merkt, sie war unter Männern Die gute Bonnie Die passt sich relativ schnell an So, wir gehen noch mal kurz Nicht zu Kenny Weil sonst flippt er noch vollkommen aus